Eberhard Hertel, der Vater von Stefanie Hertel, ist kürzlich verstorben. Doch Zeit zum Trauern scheint sie sich nicht zu nehmen. Verliert man einen geliebten Menschen, steht für einen selbst die Welt still. Doch um einen herum dreht sie sich unweigerlich weiter, trotz der eigenen Trau. Dies muss auch Stefanie Hertel, 44, erleben. Sie verlor vor kurzem ihren Vater Eberhard 85. Viel Zeit zum Erinnerhalten bleibt offenbar nicht. Der Kalender der Sängerin ist rappelvoll. Mutet sich Stefanie nach dem Tod ihres geliebten Papas zu viel zu? Stefanie Hertel musste sich für immer von ihrem Vater verabschieden. Der Volksmusiker, der Stefanies Vorbild war, ist für immer friedlich eingeschlafen. Ich habe ihn verehrt, vergöttert, wie so ein kleines Mädchen halt seinen Papa verehrt, und war totales Papakind, so Stefanie. Als Kind feierte sie neben ihrem Vater erste Erfolge auf der Bühne. Bis zuletzt war das Band zwischen den beiden eng. Und nun fehlt Papa. Trotz des schweren Verlusts hat Stefanie Hertel als gefragte Künstlerin Verpflichtungen. Nach der traurigen Nachricht erlaubte sie sich nur, ein einziges Konzert abzusagen. Auf ihrer Homepage stehen etliche Termine, Auftritte mit der Familienband Mordenwörz, im TV und eine Family Christmas Tour. Ein ganz schönes Pensum. Und das neben der schmerzhaften Trau. Lenkt sich Stefanie Hertel mit der Arbeit ab? Tut Stefanie die Arbeit als Ablenkung gut? Oder übernimmt sie sich damit? Sicher hätten die Fans Verständnis, wenn sie nach dem Schock pausieren würde, um alles in Ruhe zu verarbeiten. Aber der Drang, selbst in dunklen Momenten stark sein zu wollen, liegt in der Familie. Als 2017 Stephanies Mama Elisabeth 67, starb, trat die trauernde Tochter nur zwei Tage nach der Beerdigung wieder auf. Obwohl der Tod der Mutter für Stefanie anfangs unbegreiflich und sie die ersten Monate noch so ein bisschen betäubt war. Witwer Eberhardt betonte, dass seine Frau wirklich gewollt hat, dass wir weitermachen. Auch jetzt macht Stefanie tapfer weiter, einfach ist dies sicher nicht. Hoffentlich spendet die Bühne ihr mehr Kraft, als diese sie kostet.